Einen wunderschönen und vorweihnachtlichen Gruß oder guten Tag oder guten Abend, wann und wo auch immer Sie diese aktuelle Rohstoff-Tages- und gleichzeitig-Wochen-Ausgabe der Formations-Glader schauen mögen. Freunde, in der letzten Ausgabe hatte ich es Ihnen gesagt und ich wiederhole das sehr gerne. Ich persönlich, Achtung, glaube, dass der Goldpreis kurzfristig die Zone, wir sprechen von einer Zone, um 1100 US-Dollar pro Unze nicht bärisch aufgeben wird. Und Achtung, ich glaube, ich glaube, das heißt es steht noch nicht im Chart geschrieben, dass der Markt eher das Potenzial hat, eine bullische Bewegung zu machen in Richtung der Zone, Achtung, Zone 1200. Entsprechend ist es unwahrscheinlicher, dass wir kurzfristig unter diese 1100 fallen sollten. Aber im Chart steht es noch nicht drin, das ist nur meine persönliche Meinung, also brauchen wir es jetzt noch, dass es im Chart vielleicht geschrieben steht. Und wenn es dann nicht geschrieben steht, gut, dann war meine Meinung falsch, dann würde ich auch rauskommen und sagen, falsche Meinung. Aber das Ganze der Reihe nach. Der Blick auf die Rohstoffliste und wir sehen, uuuh, Zakatou macht es bei Platin. Plus 4,5% müssen wir uns gleich anschauen. Bread plus 2,3%, auch Crude plus 1,9%. Avion Files eben plus Benzin plus 1%, Silber und Gold plus 0,6%, Gas minus 0,5%, Palladium minus 1% und Kupfer minus 1,38%. Also auf Kupfer und auf Palladium müssen wir heute auch noch schnell schauen. Aber lassen Sie uns mit Platin anfangen. Und wer hat es gewusst mit dem Plus 4,5%? Ich nicht. Aber die Absolventen unseres Mentor-Programms, die haben sich nämlich im Forum darüber unterhalten, Leute, um 900 ist eine sehr starke Unterstützungszone. Erst kam der Erste und hat gesagt, Leute, achtet mal auf die 900. Dann kam der Zweite, hat noch einen Chart dazu gepackt. Nämlich, also hier, horizontale ehemalige Widerstandszone, jetzt Unterstützung. Diese Zone, hier Unterstützung, fällt durch, ist Widerstand, zieht komplett nach oben ab. Führt dazu, dass der Markt in der Spitze um 30% steigt. Es ist selten, dass dann eine solche Zone sofort bricht. Dann haben wir noch die Nackenlinie dieser kleinen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, mit der die immer noch gekämpft wird. Und warten Sie, ich packe noch einen drauf. Und all das von unseren Mentor-Schülern für unsere Mentor-Schülern. Also, das ist jetzt ganz langsam eine kleine, keine hyperaktive Community, die sich auch gegenseitig unterstützt und auch zeigt, was Sie gegenseitig im Chart sehen. Hier, kurzfristige Linie, Unterstützung, 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 nochmals Unterstützung, hier auch die horizontale Linie zu sehen, wunderbar. Und jetzt kommt diese wunderbare bullische Bewegung. Falls Sie es nicht gesehen haben, lassen Sie mich ein paar Vermutungen anstellen. Erstens, Sie können den Chart nicht lesen. Und zweitens, Sie verbringen Stunden und Aberstunden damit, Analysen von anderen Marktteilnehmern im Internet zu suchen, zu finden, zu lesen, sie dann mit anderen zu vergleichen, ob sie es glauben oder nicht. Allein in den letzten fünf Tagen habe ich, ich will nicht übertreiben, irgendwas zwischen acht und zehn E-Mails bekommen von Marktteilnehmern, die mir Analysen von anderen Marktteilnehmern schicken und mich fragen, was hältst du eigentlich von der Analyse des anderen? Also, die doppelte Sicherheit. Freunde, das ist nicht hilfreich. Das ist nicht zielführend. Sie müssen, wenn Sie traden wollen, Ihre eigenen Charts lesen können. Und Sie müssen in der Lage sein, Ihre eigenen Rückschlüsse aus diesem Chart zu ziehen. Und Sie müssen sie aktiv selbst handeln. Alles andere funktioniert nicht. Selbst wenn ich zu Ihnen jetzt, ich spinne jetzt mal, wenn ich jetzt sagen würde, lassen Sie uns irgendeine Asset-Klasse nehmen, was ich gar nicht trade, nehmen wir Aluminium. Wenn ich Ihnen sagen würde, Leute, Aluminium wird sich verfünffachen. Und der Markt fällt dann um zehn Prozent. Und denken Sie sich, oh nein, das passiert doch nicht. Und dann verkaufen Sie Ihre Position und verfünft sich, macht sich möglicherweise am Ende Aluminium doch. Sie müssen Ihre eigenen Setups traden können. Ansonsten können Sie Trades nicht durchstehen. Und Sie sind dann auch nicht bereit, Stop-Loss-Marken einzuhalten. Und dann fangen Sie noch an, es ist nicht despektierlich gemeint, absurde Zusammenhänge zusammenzupacken, warum irgendetwas im Markt passieren müsste. Freunde, Trader traden das, was Sie sehen, nicht das, was Sie denken. Bleiben wir doch mal kurz bei Platy. Meinen Sie, Sie haben es jetzt verpasst, wegen dieser 4%-Bewegung? Was meinen Sie denn, wenn ich Ihnen sage, ja, nee, wissen Sie, es gibt noch das prozyklische Einstiegssignal. Hier ist ein bullischer Keil und eine horizontale Zone. Schauen Sie, hier ist es Widerstand. Dann geht er durch, dann kämpft er wieder damit, jetzt kämpft er wieder damit. Also Keil plus möglicher Doppelboden. Sie wissen, Doppelt hält besser, weil der Trendumkehr mag ich ja persönlich sehr gerne. Das heißt, für den Fall, dass der Markt die 955 Bullish auflösen sollte, dann hätten wir eine doppelte bullische Trendumkehr. Und dann wäre das Ziel im Bereich von 1.000 bis 1.200. Sehen Sie? Nächste Trading-Möglichkeit. Und wie traden wir diese mögliche Trading-Möglichkeit? Erst, wenn sie Bullish aufgelöst worden ist. Kann ja auch sein, dass der Markt hier durchfällt. Dann finde ich es auf der bärischen Seite schwierig, weil dann ist eine Unterstützung 860 und das ist schon eine fette Unterstützung. Und die nächste ist dann im Bereich von 830. Der langen Rede in kurzer Sinn. Ich wünsche Ihnen, dass Sie ein erfolgreiches Trading-Jahr gerade hinter sich bringen. Wenn Sie das nicht tun, dann liegt es nicht am Markt, dann liegt es nicht an den Banken, dann liegt es nicht an den Manipulationen, dann liegt es nicht daran, dass kein Trend da ist, dann liegt es nur an Sie selbst. Und Sie sind die einzige Person, die etwas daran ändern kann, dass es im nächsten Jahr besser wird. Nicht dadurch, dass Sie noch mehr Analysen lesen. Nicht, dass Sie noch mehr Analysten fragen, was der von der Analyse des anderen hält. Und auch nicht, indem Sie noch mehr Sachen abonnieren. Sie müssen Ihre Fertigkeiten signifikant verbessern. Sie müssen Ihre Standards erhöhen. Ich bin davon überzeugt, dass wir Ihnen helfen können, dass Sie Ihre Standards erhöhen. Damit Sie dann zu den Formationsleitern gehören, zu der Community gehören, die sich gegenseitig unterstützen und sagen, hey Leute, hier ist die 900er. Und man auch selber lesen kann, ah ja, stimmt. Und on top, dass Sie selber in der Lage sind, den Chart zu lesen, selber ihn analysieren können und selber das taken können. Ist das das, was Sie wollen? Wenn es das ist, was Sie wollen, schreiben Sie mir. Schreiben Sie mir einfach eine E-Mail und sagen Sie, ja, ich will. Was kannst du eigentlich für mich tun? Dann können Sie entscheiden, ob ich für Sie hilfreich sein kann oder nicht. Mit unserem Mentor-Programm. Nächster Chart. Palladium. Vielleicht erinnern Sie sich daran, bei Palladium, da hatten wir gesagt, Mensch Leute, toll, eine wichtige horizontale Zone ist zwar bullisch aufgelöst worden, aber der Markt macht folgendes. Der rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Und die Bullen sind müde. Die Bullen sind in der Nähe der 800-Dollar-Marke. Das ist auch eine runde Marke. Plus, ja, wir haben eine Zone aus dem Weg geräumt, aber wir sind hier direkt an der nächsten. Hier. Unterstützung, Unterstützung, weggebrochen, Widerstand. Hätten die sich hier mal ein bisschen mehr Zeit gelassen, hätten die gesagt, okay, wir haben frische Bullen, die jetzt durchgehen wollen. Jetzt hatten wir müde Bullen, die sofort in den Widerstand gelaufen sind. Deswegen hätte ich ihnen auch gesagt, falls der Markt, ich weiß nicht, ob Sie diese Ausgabe geschaut haben, ich wünsche es Ihnen, falls der Markt hier in Richtung 700 kommt, ja, kurzfristiger, verzeihen Sie bitte, 730 kommt, ja, kurzfristiger bei uns. Mich persönlich würde eher es interessieren, dass der Markt in Richtung 700 Dollar läuft. Dass er also einen richtig schönen Pullback macht. Jetzt macht er das. Jetzt warten wir mal ab, ob der Markt mit der 700-Dollar-Marke, mit der 20-Wochen-Linie, das Potenzial hat, hier eine Trettumkehr zu bilden, ja oder nein. Dann hatten wir miteinander über Kupfer gesprochen und vielleicht erinnert sich da dran, Kupfer lief, da hatte ich ihnen schon gesagt, Leute, ich würde hier nicht mehr long gehen, der Markt ist extrem überkauft. Haben wir nochmal einen Spike nach rum gemacht, schauen Sie sich das Volumen an, kamen nochmal zurück und wir haben miteinander darüber gesprochen, ja, kurzfristig ist das Bullish, das, was der hier macht. Und der hat das Potenzial, entweder hier in Richtung 2,6 oder Jahreshoch 2,7 zu laufen. Darüber wird er wahrscheinlich nicht kommen. Nein, nicht nur, weil es einen Spike gegeben hat, sondern weil wir auch über die Woche hier die 200-Wochen-Linie haben. Zwei Gründe, warum der Markt dort nicht weiterkommen sollte. Unwahrscheinlich, dass der Markt in sich dann zusammenbricht, aber weitergehen auch unwahrscheinlich. Und deswegen haben wir gesagt, müssen wir gucken, was der Markt uns für eine Konsolidierung hier gibt. Die fängt gerade an, die ist gerade in vollem Gange. Die ist noch längst nicht zu Ende. Wenn ein Markt, wenn ein Rohstoff, schauen Sie, Ranges hat von, 17% und 8% und 6% und erinnern Sie sich, wenn der Ausbruch aus dem Dreieck kommt, dann wird es dynamisch sein. Der muss aber nicht lange anhalten. Und dann auf einmal 30% Bewegung macht. Dann braucht er in der Regel Zeit, um diese 30% zu verdauen. Okay, lassen wir doch Kupfer in Ruhe das verdauen und dann schauen wir, ob sich der nochmal eine Möglichkeit für einen Einstieg hier geben kann. Auf der einen oder anderen Seite. Gold hat sich ja nicht viel geändert im Vergleich zur letzten Ausgabe. Der Markt macht ein höheres Tief, macht ein tieferes Hoch. Wir haben die K und D-Linie immer noch umeinander geschlungen. Das ist schwach. Wenn wir uns den Wochenchart anschauen, auch das sieht nach wie vor schwach aus. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen in Folge tiefere Hochs und tiefere Tiefs. Mittlerweile auch hier die K und D-Linie fangen an, sich unterhalb der 20er-Marke zu umschlingen. Keine Unterstützung von Momentum. Auf der anderen Seite haben wir diese Haupt-Trend begrenzende Linie. Widerstand und Widerstand und Widerstand und durchgegangen. Und das ist eine potenzielle Unterstützung. Und wenn eine Trendlinie bricht und die so eine Dynamik entwickelt, dann ist es selten, dass der Markt sofort durch diese Linie durchgeht. Und wenn dann auch noch on top eine horizontale Unterstützung dazu kommt, hier Unterstützung fällt durch bis zum Widerstand, geht durch, dann auch noch die 1.100 hier in dieser Zone ist, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass der Markt hier durchwählt. Und wissen Sie was? Es gibt auch noch andere Indizien, die gerade für Gold sprechen, dass sie diese Unterstützung halten können wird. Können. Können wird. Nicht auf jeden Fall machen wird. Das ist übrigens Bestandteil der Hausaufgaben-Videos für unsere Mentoschüler. Das werde ich noch dieses Wochenende mit unseren Mentoschülern besprechen. Wichtig ist mir aber auch, so schwach wie der Chart aussieht, und das ist meine persönliche Meinung, und das ist meine Erfahrung, es ist selten, dass der Markt dann von hier oder von hier, wie auch immer, diese Unterstützung berührt und dann sofort, als hätte man eine Hand auf die heiße Herdplatte gelegt, nach oben schießen wird. Falls der Markt von hier aus nach oben laufen wird, dann gibt es schon erste Widerstände 1.150, 1.160. Dann kann der Markt nochmal eine Welle machen, in Richtung 1.100. Oder der Markt läuft noch ein bisschen seitwärts und macht noch eine Welle in Richtung 1.100. Von da aus kommt nochmal eine Bewegung. Was ich Ihnen sagen will ist, von hier aus, von hier aus, jetzt kurzfristig, der Markt schießt innerhalb von wenigen Tagen in Richtung 1.200, ist sehr selten, ist unwahrscheinlich. Deutlich wahrscheinlicher ist es, dass wir über die kleinere Zeiteinheiten, Trendumkehrformationen sehen, die wir dann auch über die etwas größeren Zeiteinheiten gesehen bekommen, und dann kann man immer noch in aller Ruhe, nach meinem Dafürhalten, sich einen Einstieg suchen. Kurz über die Stunde, wir haben eine fallende Linie, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, und Sie wissen, ich habe es Ihnen ja immer wieder gezeigt, dass diese fallenden Linien auch brechen können, wir hatten ja hier auch eine, schauen Sie, die gebrochen ist, und zum anderen ist es so, dass der Markt, selbst wenn er sie nicht bricht, auf der richtigen Seite der Linie immer noch weiter nach unten laufen kann. Deswegen ja, es gibt eine potenzielle Unterstützung, aber es reicht noch nicht, um auch nur im Entferntesten von einer Trendumkehr zu sprechen, im Gegenteil, der Markt fiel, konsolidierte bärisch, erinnern Sie sich, wir hatten gesagt, 1.160 ist auch eine wichtige Unterstützung, sowohl über die Woche, als auch um 61,8% Detracement, wichtige Unterstützung, schwacher Chart, konsolidiert und fällt durch. So, die Bewegung hat gerade angefangen, und deswegen von einer Trendumkehr, kann ich hier gerade noch nicht sprechen, ich kann Ihnen nur nochmal sagen, da scheint eine schöne Unterstützung zu sein. Was jetzt der Markt mit dieser Unterstützung macht, das werden wir innerhalb der nächsten Tage, möglicherweise Wochen erfahren. Wenn wir uns Silber anschauen, ähnlicher Schnack. Wichtige horizontale Unterstützungszone, sowohl über den Tag, die wir aber auch über die Woche abbilden können, das ist genau die gleiche Linie, Zone, die wir sehen können, plus wir haben diese fallende Linie, und Sie sehen, wenn der Markt seitwärts läuft, dann kann er wieder Abstand schaffen, zwischen sich und der fallenden Linie, jetzt ist die mittlerweile schon bei 15,50. Ebenfalls eine potenzielle Unterstützung. Was ich mir gar nicht angeguckt habe, lassen Sie uns das zusammenschauen. Was ist mit dem Volumen, was wir hier sehen? Also, wenig Volumen, also kein Käuferinteresse, hier mehr Volumen im Fallen, ich sehe hier noch nicht Volumen, was jetzt eher dafür spricht, dass der Institutionelle möglicherweise hier kauft. Spricht nicht unbedingt gerade das, was wir sehen, für die Bullen. Wir sehen aber auf jeden Fall diese potenzielle Unterstützung. In Ordnung. Freunde, ich weiß nicht, wie sehr es bei Ihnen weihnachtet. Ich kann Ihnen sagen, und ich hoffe, das langweilt Sie nicht, aber es freut mich so sehr. Ich habe alle meine Weihnachtsgeschenke zusammen, und ich habe alle Weihnachtskarten nicht nur geschrieben, nicht nur alle Pakete fertig gemacht, sondern ich habe sie auch schon alle verschickt. Also, von mir aus kann es schon so richtig los Weihnachten. Das war ein großartiges Jahr. Und deswegen werde ich ab der kommenden Woche, das heißt, Dienstag gibt es ja die nächste Ausgabe, das wäre dann der 20. Dezember, werde ich das so machen, dass ich nur noch eine Videoausgabe am Tag rausbringen werde, und dann schauen wir zusammen auf DAX und Dough und Gold und Silber und wie auch immer, damit ich dann nochmal die allerletzten Vorbereitungen mache. Jetzt werden Sie sagen, was will er denn noch andere Vorbereitungen machen? Wir haben richtig viele Gäste. Es wird hoffentlich bleiben alle gesunken, es wird eine tolle Feier. Und deswegen ab Montag nur noch eine Ausgabe pro Tag bis zu den Feiertagen und dann zwischen den Feiertagen bis zum neuen Jahr werde ich mich verabschieden. Ich glaube, wir haben da genug getradet, aber das können wir nochmal. in aller Ruhe und Gesundheit miteinander besprechen. Ich hoffe und wünsche mir, dass diese Ausgabe für Sie hilfreich gewesen ist. Wenn das der Fall war, abonnieren Sie gerne unsere Ausgaben, empfehlen Sie mich gerne, würden Sie mir eine große Freude machen. Und Sie wissen, ich wünsche Ihnen immer und immer wieder vom Herzen, dass Sie hoffentlich alle, alle, alle gesund bleiben. Heute würde ich mich freuen, wenn Sie es mir auch wünschen würden, dass nicht nur ich, sondern auch meine Familie und die Familie meiner Partnerin, die kommen von überall zu uns, dass die alle gesund bleiben, dass wir ein schönes Weihnachtsfest feiern können und feiern werden. Mehr habe ich nicht, nur noch meinen Namen für Sie. Mein Name ist Hamid S. Nachari und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationsleder doch bitte gewogen. Klicken Sie auf das Feld rechts unten und erhalten Sie auf unserer Homepage weitere Informationen zu unserem sechsmonatigen Mentor-Programm oder klicken Sie auf das Feld links oben und abonnieren Sie unseren Kanal für tägliche charttechnische Analysen mit edukativen Charakter zu den Rohstoffmärkten